Jesus ist geboren. Das bringt Licht in die Dunkelheit. Das bringt eine Wende in unsere Weltgeschichte. Deshalb zählen wir unsere Jahre seit Christi Geburt. Als Christen folgen wir Jesus nach. Das ist einfacher, als man denkt, Licht zu verbreiten. Ich helfe einem älteren Nachbarn beim Einkauf. Oder ich besuche eine Flüchtlingsfamilie und lese den Kindern regelmäßig vor. Oder ich schaue wenigstens die Frau an der Supermarktkasse an, wenn ich ihr einen guten Tag wünsche. Das Licht kann sich verbreiten. Es begegnet uns wieder im Gesicht unserer Mitmenschen. Das müssen gar keine großen Dinge sein, die Licht ins Dunkel bringen. Kein großer Spot. Auch viele kleine Lichter erhellen die Dunkelheit. Gott hat den Anfang gemacht. Mit Jesus zeigt er seine Liebe und Menschenfreundlichkeit. Wir können sie weitergeben als Mitmenschlichkeit. So wirkt Weihnachten das ganze Jahr über. Schreib doch einem Freund eine ermutigende Nachricht. Und wenn du magst, erzähl uns hier davon.